5 Uhr früh, alles schläft. Nur auf den Feldern der Alete-Bauern ist der Wettlauf um den frischen Spinat schon in vollem Gange. Frisch geerntet und gleich zu Alete. Jede Minute zählt, wenn's bei Alete-Spinat um die Frische geht. Schon gegart im Dampf, alles Gute aus der Natur. Alete frisch versiegelt. Das ist gut und das schmeckt gut. Alete. Alles Gute für Ihr Kind. Alles Gute für Ihr Kind.